Wingman here Oh man, ich kann nicht mehr Fabi Warum? Ich war zu beschäftigt mit allem anderen Klaus, die kommen ein und was raus Piss dich Klaus Wo? Bei uns Oh, ich bin noch so weit weg Wo? Genockt Du hast die Kiste ins Haus getragen Gegenüber Pure Absicht Oben drauf Ach, das bescheid du Ich hab gedacht, das wäre Jan Ich war so verwirrt Da stehen sie doch schon Hm, so mag ich's Guck mal raus Schießen in 3, 2, 1 Down Ich hab einen Dome gemacht Ich hab einen Dome gemacht Was hat das gemacht? Nummer noch genockt Alle down Ich muss mich heilen Noch ein Los Oben, oben Weg, 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 wenn es geht. Von hinten? Ja. Bei mir ist auch was oben drauf, passt auch von meiner Seite. Yep. Einer von den Hutten. Ich schnau nur noch das eine Squad. Ja und die eine Lifeline kämpft halt oben auf dem Tower. Reloaded, recharge the machine. Frag out. Danger, move. Good. Heads up, care package coming in. Also wenn ihr es riskieren wollt, das Revive-Beaken ist schon dazu, ne? Ich hab'n schon. Achso. Aber im Boot müssen wir zu nem biegen. Immer noch oben, aufm. Ne, der wird auch nicht runter gehen. Der ist jetzt alleine. Ach, ist der komplett alleine? Ne, ne. Auch. Nein. Sicher. Ist mein auch nicht. Bei mir unten war einer. Hier Klaus drin, hier Klaus drin, jaja. Wow. Wo ist der hingerannt? Wo ist der hingerannt? Fabi, du kommst einfach nicht zum Abschluss, das ist echt Wahnsinn. Das kotzt mich so an, ey. Das ist das zweite Mal, dass der hier wegrennt. You need to recharge my shields. Nice Headshot. Muss ich heilen erstmal. Oh der piekt trotzdem. Der kommt, der andere ist. Wo ist der andere? Bei der oben, zwei Stück oben drauf. Das schmerzt den Ballon drauf. Slow. Ich hab langsam keine Muni mehr, ey. Gehen das raus, da liegen vier oder drei leicht. Naja, ich hab auch noch einiges in Munition dabei gehabt. Bis ich die Gold in Ruhe ist. Oder die Wiener. Okay, okay, vergiss das. Der eine hat... Ver... Kein Schild. Alter, der war ein Arcs da. Ich bin runter. Bei mir. Dein Ernst? Ja, ja. Wo? Die waren da. Der hatte keine Leben. Er hatte gar nichts. Keine. Ist so gemein. Ich will doch nur dabei sein. Guck, da stehst du. Einfach kein Glück. Da stehst du. Ja, was auf, ein Kill. Ja, guck. Hm, richtig gezogen. Tja, zwei rein. Wenn du dich auch in Ruhe ist, hörst du das in Ruhe. Wirklich?